Hallo Leute, herzlich willkommen! Tourist Toxic hier und heute spiele ich mit euch eine Runde Techno-Copper. Also mein Rekord liegt ungefähr bei 5200, den versuche ich jetzt zu knacken. Also bei dem Spiel wird sehr viel Skill erfordert, also... Ja, mal schauen was gerade so die Runde geht. Oh, oh! Okay, da war Mies.